Ich glaube, viel zu oft denken wir, ich kann mir anschauen, was ich will, und es beeinflusst mich nicht. Gibt es irgendjemanden hier, der glaubt, dass Fernsehen ihn nicht beeinflusst? Also wir sind uns alle einig, was wir uns anschauen, das übt auch einen Einfluss aus. Dann möchte ich euch etwas fragen. Glaubt ihr, dass Hollywood weiß, was sie tun? Ich werde euch diese Werbung hier jetzt zeigen, die sie laufen haben lassen in der besten Zeit mit den meisten Zuschauern auf dem Fernsehen in Amerika und achtet genau auf die Worte. Ihr wisst, das nächste Mal jemand sagt, TV rots your brain, lauf. Lauf hard. Das Lafter wird unsere televised Intoxikants deep into your cerebellum, slowly rotting it into a quivering blob of tapioca. Ihr parents were right, your teachers were right, even that creepy Scoutmaster with the tight brown shorts was right. TV is slowly rotting your brain and turning it into a slimy, gooey, mussy blob of pudding, and there's nothing you can do about it. See? I just told you what was happening, and you're still watching TV. Amazing. I'm Eliza Dushku, star of the new show Dollhouse. It's a potent blend of twisty plot lines and insane action that'll keep your eyes glued and your brain rotting, as your high school teacher used to say. Get away! Mushy, mush. And the best part is, there's nothing you can do to stop it. I mean, what are you gonna do, turn off your TV and your computer? Now that we're beaming TV shows to your lab-based computing boxes for free, 24-7, they're finally rotting your brains, just like Mom promised they would. What? So keep watching. The sooner your brains have percolated into bubbly, cheesy goo, the sooner we can slurp them through your ear canals and pass them through our lower intestines. Because we're aliens. And that's what we do. Hulu, an evil plot to destroy the world. Enjoy. Wow! Wow! I couldn't even pay actors to say that. When I saw this commercial, I was just like... Also als ich diese Werbung gesehen habe, das hat mich wirklich einfach nur umgehauen. He's telling you, TV is rotting your brain. Er sagt uns direkt, das Fernsehen, das ruiniert dein Gehirn. It's turning it to mush. Es macht es zu... Bananas. Zu Brei. Banane. They want to eat it. Sie wollen es essen. It's an evil plot to destroy the world. Es ist eine Verschwörung, um die Welt zu zerstören. And did you hear what that one actor said? I can tell you exactly what the TV is doing to you. Und habt ihr gehört, was dieser eine Schauspieler sagte? Ich kann dir genau sagen, was das Fernsehen mit dir anstellt. And you'll still watch it. Und du wirst trotzdem weiterschauen. Amazing. Erstaunlich. Und das? Und du wirst trotzdem geschehen. Vielen Dank.